Der Geist ist nicht das Ich Der Geist ist nicht das Ich Es wäre aber besser, ein unwissender Weltling betrachtete den materiellen Körper als sein Ich, als dass er seinen Geist als sein Ich betrachtet. Denn der materielle Körper besteht offenkundig immerhin eine Reihe von Jahren, unter Umständen hundert Jahre oder länger. Aber das, was man Denken oder Geist oder Bewusstsein nennt, entsteht Tag und Nacht als dieses und vergeht als ein anderes. Darum vergegenwärtigt sich ein wohlunterrichteter, edler Jüngling gut und gründlich die Lehre von der Bedingtheit alles Entstehens nach der Formel So nämlich Ein Unlustgefühl entsteht, wenn eine unlusterzeugende Berührung stattfindet Hört die Berührung auf, so hört auch das durch sie bedingte Unlustgefühl auf Ein gleichgültiges Gefühl entsteht, wenn eine ein solches Gefühl erzeugende Berührung stattfindet Hört die Berührung auf, so hört auch das durch sie bedingte gleichgültige Gefühl auf Es ist gerade so, wie durch das Reiben zweier Holzstücke Wärme entsteht und Feuer erscheint Wenn aber die beiden Holzstücke voneinander getrennt werden, hört jene Wärme auf und gelangt zur Ruhe Weder Sein noch Nichtsein Zwei Dingen ist diese Welt im Allgemeinen ergeben Dem Sein und dem Nichtsein Für den aber, der in der Welt das Entstehen der Wahrheit gemäß in rechter Weisheit betrachtet Gibt es kein Nichtsein in der Welt Und für den, der in der Welt das Vergehen der Wahrheit gemäß in rechter Weisheit betrachtet Gibt es kein Sein in der Welt Diese Welt ist alles in allem nur eine Kette von Begehren, Ergreifen, Haften Darum ergibt sich, wer dies erkennt, nicht dem Begehren und Haften Der Neigung des Geistes zum Zugreifen und Festhalten Er haftet nicht an der Welt und hält nicht an ihr fest, denn er weiß, dass ein Ich bei ihm nicht zu finden ist Dass alles, was entsteht und alles, was vergeht, unbefriedigend ist, bezweifelt er in keiner Weise Zu dieser Erkenntnis gelangt er ohne fremde Hilfe Dann hat er rechte Einsicht Zu sagen, dass alles ist, ist die eine Übertreibung Zu sagen, dass alles nicht ist, ist die andere Übertreibung Diese beiden Übertreibungen vermeidet ein Vollendeter und verkündet die mittlere Lehre Wenn Unwissenheit da ist, gibt es Shankara Wenn Shankara da sind, gibt es Bewusstsein und so weiter So entsteht diese ganze Masse des Leidens Wenn aber die Unwissenheit restlos und spurlos beseitigt ist, so gibt es keine Shankara Wenn keine Shankara da sind, gibt es kein Bewusstsein und so weiter So vergeht diese ganze Masse des Leidens Das ist die ganze Masse des Leidens